Silvan Hefti sucht den Kopf von Nsame. Situation noch nicht bereinigt, weil Meshakelia nachsetzt und es gibt Penalty für die Young Boys. Acht Minuten gespielt im Gornaredo. Horis Berger zögert da gar keinen Moment. Er entscheidet sich sofort, legt sich fest. Und ich denke, dass dieser Entscheid in Ordnung geht. Hier zuerst der Kopfball von Jean-Pierre Nsame. Dann Meshakelia vorbei an... Jean-Pierre Nsame verzögert und trifft mit ein bisschen Glück. 1 zu 0 für Ibe. Ein toller Start für den Meister in dieses Auswärtsspiel. Elfter Saisontreffer für Nsame. Damit zieht er gleich. Meshakelia. Dann ein Same mit dem Ball auf den zweiten Pfosten. Und da fällt bereits das 2 zu 0. Diesmal ist Meshakelia selbst erfolgreich. Es sind noch nicht einmal 17 Minuten gespielt und Ibe schlägt schon wieder zweimal zu. Vierter Saisontreffer für Meshakelia. Und wieder Michael Facchinetti. In der Mitte rutscht ein Ibe-Verteidiger aus. Es war Cedric Cesiger. Und es hat die bislang mit Abstand. Beste Möglichkeit für den FC Lugano. Und dann der Schuss aus der zweiten Reihe. Der sitzt 3 zu 0. Sandro Lauper trifft schon wieder in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. 3 zu 0 für Ibe. Dritter Treffer für Sandro Lauper im sechsten Spiel. Der Lovic. Gutes Solo. Der Schuss auch nicht so schlecht. Er bekommt den Szenenapplaus von seinen Teamkollegen für diesen Versuch. Sandi Lovic. Zehn Monate ins Tessin. So und jetzt braucht es von Palmos. Bringt den Ball nicht weg. Und da fällt das 1 zu 3. Alexander Gernt trifft gegen seinen Ex-Verein. Vielleicht noch einmal ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Bianconeri. Vierter Saisontreffer. In seinem 21. Superliga-Einsatz insgesamt. Das ist Christopher Lungoi. Und da braucht es eine Super-Tart von David von Palmos. Völlig leichtfertig dieser Ballverlust. Meschak Elia mit dem Kopfball. Noam Baumann ist zur Stelle. Kann den Ball zwar nicht festhalten. Sulemani beim Corner. Und da müsste eigentlich das 4 zu 1 fallen. Durch Mohamed Ali Kamara. Der wohl selbst ein bisschen... Das ist der Jordan Sipace. Überragend die Parade von Noam Baumann. Der den Ball an die Querlatte lenkt. Also sie sündigen jetzt... Also sie sündigen jetzt die...